Wir haben bereits gelernt, wie man in Pygame einfache Formen auf den Bildschirm zeichnen kann. Wir haben schon ein Rechteck gezeichnet, einen Kreis gezeichnet und Linien haben wir auch schon gezeichnet. Diese Formen haben wir allerdings noch nicht bewegt. Wir haben sie einfach nur auf den Bildschirm gerendert und das war's. Zu einem Spiel gehört aber dazu, dass man damit auch irgendwie interagieren kann. Und deswegen möchte ich dir jetzt einfach mal zeigen, wie man Objekte auf dem Bildschirm bewegen kann, indem man Tastatureingaben abfragt und entsprechend auf diese reagiert. Und das Ganze werden wir am Beispiel von einem Rechteck anschauen, das wir dann mit unseren Pfeiltasten bewegen werden. In diesem Tutorial schauen wir uns ja Pygame an. Und um Pygame wirklich benutzen zu können, musst du die Grundlagen von Python beherrschen. Falls du da noch Nachholbedarf hast, dann schau mal in die Videobeschreibung. Da findest du einen Link zu Programmieren, Starten, Premium. Darin hast du Zugriff auf all unsere extrem umfangreichen Videokurse zu den unterschiedlichsten Sprachen und natürlich auch zu Python. Wenn du die Grundlagen von Python lernen möchtest, dann ist auf jeden Fall der Python Masterkurs etwas für dich. Wie gesagt, einen Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Fangen wir also mal an. Wir wollen jetzt also mit Tastatureingaben ein Rechteck bewegen. Und ich würde sagen, zuerst einmal zeichnen wir dafür ein Rechteck auf den Bildschirm. Wir haben ja bereits gelernt, wie das geht. Wir schreiben einfach hier am besten nach Window Fill unser Pygame.draw.rect. Damit können wir jetzt eben auf unsere Window Surface ein Rechteck zeichnen, das eine Farbe hat. Ich mach's einfach mal rot. Und ja, das hat jetzt hier eben verschiedene Dinge, die wir hier noch übergeben müssen. Zuerst einmal müssen wir die X- und die Y-Position dafür übergeben, wo wir also das Rechteck zeichnen wollen. Dafür lege ich jetzt direkt mal neue Variablen hier oben an, außerhalb unserer Schleife. Denn ansonsten würden wir das Ganze ja immer wieder überschreiben, den Wert dieser Variablen. Das heißt, wir sagen hier einmal, wir haben eine RectX-Position oder nennen wir es einfach mal PlayerX. Und das setzen wir jetzt mal auf 32 am Anfang. Und wir haben auch eine PlayerY und das setzen wir auch auf 32 für den Start. Dann haben wir also hier jetzt unseren Tupel, in dem wir unser Rectangle hier definieren. Und da übergeben wir jetzt direkt mal diese Koordinaten. Das heißt, wir sagen, die X-Position von diesem Rectangle ist PlayerX und die Y-Position ist PlayerY. Und jetzt hat das Ganze auch noch eine Breite und eine Höhe. Und ich sag einfach, dass die Breite, machen wir mal, 64 Pixel ist und die Höhe auch 64 Pixel. So, und jetzt haben wir eben hier unser Rechteck. Und wenn wir das Ganze jetzt starten, dann sehen wir, befindet sich das jetzt hier auch auf unserem Bildschirm. Jetzt haben wir also hier unser Rechteck und wir haben hier auch direkt schon Variablen für diese Koordinaten. Und logischerweise müssen wir diese Variablen, diese einzelnen Koordinaten, nur noch verändern, um eben hier dieses Rechteck zu bewegen. Das heißt, wenn ich jetzt jeden Frame sage, dass ich zum Beispiel PlayerX um 1 erhöhe, dann werden wir sehen, dass jetzt unser Rechteck direkt nach rechts schießt. Und du hast auch gesehen, dass das ziemlich schnell war. Das werden wir aber auch noch fixen. So, machen wir das wieder weg. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich nur bewegen, wenn der Benutzer die Pfeiltasten drückt. Wie können wir das umsetzen? Die erste Idee, auf die man kommen könnte, wäre diese Event-Loop hier zu verwenden. Wir haben ja hier schon ein Event abgefragt, bei dem die Escape-Taste gedrückt wird. Und wir könnten ja sowas ähnliches bauen. Wir könnten also zum Beispiel sagen, elif event.type ist gleich pygame.key down. Und wenn event.key die Taste pygame.k write zum Beispiel ist, also die rechte Pfeiltaste, dann könnten wir ja sagen, player x plus ist gleich 1. Wenn wir das allerdings machen, dann wird dir eine Sache auffallen. Ich mache das auch mal größer, sagen wir gleich mal 32 Pixel verschieben. Wenn wir das jetzt so machen und das Spiel mal starten, dann werden wir sehen, wenn ich diese Taste jetzt drücke, die rechte Pfeiltaste, dann bewegt sich meine Figur tatsächlich um 32 Pixel nach rechts. Aber wenn ich gedrückt halte, dann passiert nichts mehr. Also ich muss hier wirklich für jeden Schritt diese Taste einmal drücken. Und wir wollen natürlich bei so einer Steuerung, dass es auch erkennt, jeden Frame, ob die Taste noch gedrückt wird oder nicht. Und dafür müssen wir das Ganze ein bisschen anders umsetzen. In pygame gibt es kein Event, das jetzt key pressed oder key hold oder sowas in die Richtung heißt. Also wir können hier jetzt nicht diese Event-Loop direkt verwenden, um diese Steuerung umzusetzen. Stattdessen machen wir etwas anderes. Und zwar gibt es eine Funktion in pygame namens pygame.key.getPressed. Das ist also die getPressed-Funktion im Key-Modul von pygame. Und diese Funktion gibt einen den Zustand von allen Tasten auf der Tastatur zurück. Damit kann man also jeden Frame abfragen, ob eine bestimmte Taste gerade gedrückt wird oder nicht. Und diese Funktion nutzt man folgendermaßen. Wir legen hier jeden Frame eine neue Liste an, und zwar die Liste Keys. Und diese Liste ist einfach das, was von pygame.key.getPressed zurückgegeben wird. Hier bekommen wir jetzt also eine Liste zurückgegeben, die alle Tasten auf der Tastatur enthält und ihren aktuellen Zustand. Und ja, diese Liste schreiben wir in Keys rein. Und jetzt können wir diese Liste ganz einfach hier abfragen, indem wir zum Beispiel sagen, if keys, und jetzt fragen wir pygame.k-write zum Beispiel, wenn diese Taste gedrückt wird, dann mach folgendes, sag dann einfach player x plus ist gleich und ja, das sage ich jetzt hier einfach mal 1. Und dann können wir hier noch sagen, elif keys pygame.k-write und dann wollen wir player x minus ist gleich 1 sagen. Und dann können wir auch noch für die vertikalen Knöpfe das auch machen. Und da sagen wir neues if Statement, if keys pygame.k-down, da sagen wir dann player y plus ist gleich 1. Und dann können wir auch noch hier elif keys pygame.k-up. Und dann sagen wir einfach player y minus ist gleich 1. Ich sehe gerade, hier habe ich k-write geschrieben, das soll natürlich k-left heißen. Und jetzt fragen wir hier im Grunde jedes Mal diese Keys ab, die gerade gedrückt werden und gucken, okay, wird in dieser Keysliste gerade pygame.k-write gedrückt? Wenn ja, dann bewegt dich so. Wird k-left gedrückt? Wenn ja, dann bewegt dich so. Und so weiter und so fort. Und wenn wir das Ganze jetzt starten und dann die Pfeiltaste drücken, dann sehen wir, können wir unsere Figur jetzt hier bewegen. Du siehst allerdings, dass das Ganze ziemlich schnell ist. Und das liegt daran, dass unser Spiel noch nicht framerate unabhängig läuft. Wenn du einen sehr schnellen Rechner hast, dann läuft das Ganze hier schneller. Und wenn du einen langsamen Rechner hast, dann läuft das Ganze ziemlich langsam. Wir wollen aber, dass unser Spiel auf jedem Gerät gleich schnell läuft. Und dafür müssen wir hier Delta-Timing verwenden. Fangen wir zuerst einmal damit an, die Framerate für unser Spiel einzustellen. Wir wollen, dass unser Spiel mit 60 Bildern die Sekunde läuft. Und ja, wie können wir das machen? Eigentlich ganz einfach. Wir erstellen jetzt zuerst einmal eine neue Variable hier oben. Diese nennen wir Clock. Und da schreiben wir jetzt ein Objekt vom Typ Clock rein. Diese Clock-Klasse befindet sich in pygame.time. Und dann gibt es hier eben diese Klasse Clock. Und davon erstellen wir jetzt ein Objekt und schreiben es in unsere Clock-Variable. Und jetzt gehen wir in diese Running-Schleife rein. Und gehen hier ganz in die erste Zeile einfach mal rein. Und sagen hier Clock.Tick. Und hier kann man jetzt als Parameter die gewünschte Framerate angeben, die wir haben wollen. Und da sage ich einfach 60. Und damit wird jetzt jeden Frame diese Clock einmal ticken. Und das ist dann eben so getimt, dass das Ganze mit 60 Bildern maximal in der Sekunde läuft. Und jetzt wollen wir nicht mehr, dass unser Spieler um einen Pixel pro Frame bewegt wird, sondern eher um einen Pixel pro Sekunde. Unabhängig von der Framerate. Denn auf die Framerate haben wir nicht immer einen Einfluss. Das hängt von der Geschwindigkeit unseres Rechners ab. Wir haben sie zwar auf 60 limitiert, aber das kann natürlich auch drunter sein. Und entsprechend wollen wir jetzt dafür sorgen, dass wir uns um so und so viele Pixel pro Sekunde statt pro Frame bewegen. Wie bewerkstelligen wir das? Eigentlich ganz einfach. Hierfür brauchen wir jetzt zuerst einmal eine Variable namens Delta Time. Und Delta Time wird immer die Zeit in Sekunden enthalten, die es gebraucht hat, um den letzten Frame zu berechnen. Wir kriegen diese Delta Time Variable ganz einfach zusammen, indem wir hier oben, wo wir die Clock ticken lassen, einfach sagen, dass wir das, was von dieser Funktion zurückgegeben wird, in Delta Time reinschreiben und das Ganze auch noch durch 1000 teilen. Denn das ist hier in Millisekunden und wir wollen das zu Sekunden umwandeln. So, und jetzt haben wir eben hier diese Delta Time berechnet. Und wieso das funktioniert, ist ganz einfach. Tick gibt uns also hier die Zeit zurück, die es gebraucht hat, um diesen Frame hier jetzt zu berechnen, um wieder hier zu landen. Das ist also die Zeit, die es gedauert hat in Millisekunden seit dem letzten Tick, den wir gemacht haben. Und ja, das Ergebnis teilen wir durch 1000, um das eben zu Sekunden zu machen. Und das schreiben wir dann in Delta Time rein. Und jetzt können wir hierher gehen, wo wir unseren Character bewegen und hier ganz einfach sagen, okay, wir bewegen uns um so und so viele Pixel pro Sekunde, indem wir diese Pixel noch mal Delta Time hier multiplizieren. Das heißt, wir müssen hier überall noch mal Delta Time schreiben. Und jetzt können wir ja auch noch eine Variable Speed anlegen. Und das setzen wir jetzt einfach mal auf 32 Pixel. Wir wollen uns also um 32 Pixel pro Sekunde bewegen. Und dann schreiben wir hier nicht mehr Plus ist gleich 1, sondern Plus ist gleich Speed mal Delta Time. So. Und damit haben wir jetzt eine Frame Rate unabhängige Steuerung gebaut. Und wenn wir das Ganze jetzt mal starten, dann sehen wir auch, wir bewegen uns ziemlich langsam, denn wir bewegen uns nur um 32 Pixel pro Sekunde. Wir können das Ganze also auch noch ein bisschen schneller machen. Sagen wir mal 120 Pixel pro Sekunde. Und dann sollte das auch besser sein. Ja, ist immer noch ein bisschen langsam. Kann man auf jeden Fall hier ein bisschen rum experimentieren. Machen wir es mal auf 240. Verdoppeln wir es einfach mal. Und ja, dann sehen wir, ist das auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Und das ist jetzt schon eine sehr einfache Steuerung. Wir haben jetzt also hier ein Quadrat zum Bewegen gebracht mit dem Keyboard Input. Dazu haben wir die Key Get Pressed Funktion verwendet. Und wir haben auch eine Delta Time Variable angelegt, um das ganze Frame Rate unabhängig zu machen. In diesem Sinne war es das dann auch wieder mit diesem Video. guck dir unbedingt den Link in der Videobeschreibung an, denn da findest du unsere Programmieren starten Premium Mitgliedschaft. In dieser hast du Zugriff auf all unsere Videokurse und seit neuestem auch auf unseren exklusiven Premium Discord Server. Wenn dich das interessiert, guck mal in die Videobeschreibung. Da ist der Link. Und vergiss nicht den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. In diesem Sinne war es das mit diesem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten wieder. Auf Wiedersehen.